Beide Mannschaften beginnen unverändert die zweite Halbzeit, es ist auch keine Wechsel zur Halbzeit. Noch einmal die Umbildung, Christian Brauchmann, ihre Bankkarte ist gefunden worden, Christian Brauchmann. Aber Geld ist kein mehr drauf, wir haben nachgeschaut. Halbzeitige Ebene ist unser U23, unser U23 liegt 2 zu 1, ich wünsche mir natürlich viel Glück für die zweite Halbzeit. Das war's für die zweite Halbzeit. Das war's für die zweite Halbzeit. Meine Richard Faux! Alle, alle, alle! Meine Richard Faux!